Wo ist denn der Raum? Ja hier Hallo Doch hier ist ein Traitor-Tester Komm mal hier in einer in den Raum Ja hier ist ein Traitor-Tester, komm mal hier in einer zu mir Achso jetzt ich das auch, was da drauf steht Das war eben gerade spiegelt verkehrt bei mir Fabi, Franzosen-Tactics funktionieren bei mir nicht Oh fuck, bist du nicht wieder hier Habt ihr schon einen Traitor down, oder was? Ich hab einen Detective down, weil der wieder mit Golden Gun auf mich geschossen hat Ja, einen Detective down, weil der wieder mit Golden Gun auf mich geschossen hat PIXEL Komm mal mit dem PIXEL Was ist das? Ah Das ist PIXEL 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 ist schon so Warum hab ich keine Munition? Ach geht doch Hier ist Johnny McMetze, gegenüber ist Oh hier ist ein toter Fabi Max Barrs, bitte Kemper Max Barr PIXEL Und Perry kommt sie mit ner Schrotflinte hochbruchig Ich hab keine Ahnung Ja Au Da steht die Map hier nicht Da ist eine Satz untergeführt Okay, Max Barr ist es und Perry Au Laber doch nicht Rooker hat doch mich geschossen Soll ich infiziere ihn Die Leiche ist weg Ja, ist klar Oh sorry Oh desu Oh desu Ich hab glas, Perrin kommt die oberen Ecke Das ist echt geil Das griffste endlich, man Und das beim ersten Mal Und das mit einem Schuss nur ey Mooo Mooo Loll Baudese ne Ja Ja egal Ey man, das kann nicht dein Ernst sein Kann doch mal passieren Ja halt ins Maul Oh Oh fuck Und jetzt treff Ah Ah geht doch Aufstehen Ja Ja Oh jees Du bist so einfach Ich weiß Das ist einfach mal das Wesen Das ist ein Schwester, den ich da geklappt Du triffst normalerweise nie, ne? Und schieß immer daneben Ja Dann hauptsache wenn ich mal da, ne? Ich darf da der Headshot Aber Perry, warum konntest du nicht mehr da kommen? Da war echt geil Oh die Iso Erst schießen, dann gucken, ne? Hey Perry, guck mal, guck mal Perry Ui Was habt ihr gemacht? Warte ich komm nicht zu dir Jetzt ist ein Defekt Wo komm, wo bist denn du? Oben auf dem Dach Warte ich komm zu dir, ok? Ja töte mich mal kurz nicht, warte ich komm zu dir Ja Hier 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 Einer Hier 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 Schieß auf Parry, gib mir ein Schieß auf Parry. Was passiert eigentlich, wenn man mit der Golden Gun auf den Detective schießt? Wir haben beide. Bitte Muka isen. Ich glaube auch Muka isen. Ich würde auf Parry schließen. Wann wird denn hier eigentlich die ganze Zeit runter? Oh man, wieso gibst du mir denn die Gun nicht? Nimm die Gun. Wo ist sie? Da unten ist grad party hart. Ja, Fox Bar hat gar kein Leben mehr. Ich hab auch grad nen Traitor gesessen. Einer von euch da oben ist es. Einer von euch muss in Scharen. Ich bin's nicht. Ich bin gar nicht oben, ich bin's nicht. Ja jetzt nicht, Muka ist es auf jeden Fall. Weil ich habe keine Scout und Muka ist die Deckste. Ich hab noch nicht geschossen, ich hab sogar noch volles Magazin und so. Hat irgendjemand denn überhaupt nen Scout geschossen? Ja, Muka ist super gut. Ja, Muka ist super gut. Oha. Das war's. Oh das war gut. Wir wollten bei Gott sie festen. Fabi, du nur füllen. Guck mal was hier ist. Er ist fliegen gegangen. Ist er ganz nach unten? Ja, ich glaub schon. Fabi, jetzt hast du nen Fäzer von da rein, ja. Wow. Alter, wer ist der Letzte? Johnny McMatze? Ich bin's nicht. Max Bar ist es nicht. Okay, so. Ja, Johnny McMatze ist es. Ich lass euch das mal aus. Scheiße. Wie geht's denn denn? Mein Duell wurde durch das Kompilator gestört. Boah Luke, ich wollte doch nur ein bisschen Fässer durch die Gegend werfen. Ja, und ich saß unter dir, ne? Ja, das hab ich nicht gesehen. Nee, sonst wär ich gar nicht auf die Idee gekommen. Harry, hast du den schönen Kill gesehen? Hast du mir mit der Pistole einen Headshot gegeben? Aha. Ja. Also einen Schuss und ich war tot. Mach's ja die ganze Zeit, ich glaub der hat nen Aim-Boot. Geht das eigentlich? Ja man, echt so, don't worry, hör mal auf. Lol, die Tür will mich doch verarschen, oder? Nö, das ist ne ganz normale Tür. Versuch die Tür aufzumachen, da fällt einfach der Griff ab. Gute Tür. Ich bin Traitor. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Fabi auch. Dieses ist wirklich, dieser hat's gebraucht. Naja. Ich bin kein Traitor. Fabi's Traitor. Nein, ich bin Detektiv. Dieses, dieses komische Blau. Dieses, dieses Blau, das verrät dich doch schon. Schau dich mal an. Max, kannst du bitte von mir weggehen? Das ist sehr, sehr freundlich. Blau steht nämlich für böse. Geh gerne hier oben. Unten, da ist doch wieder einer. Na Mucca, was bist du denn so am Campen? Ich hab hier ne Super-Ecke gefunden. Ne Super-Ecke? Ja. Super, ist die Ecke denn. Wow. Was sollen diese Schüsse? Ja, das war ich. Keine Sorge. Wow. Ah, da drüben wird geschossen. Hier unten, in der Halle, da brennt's. Das Blut. Aber wer war das? Ruka. Ne. Verpiss dich. Boah. Nein. Genau. Wie random war das denn gerade, bisschen? Wo brennst du denn hier? Wo? Nein. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Nein. Geh weg! Ey ne. Irgendwas, was ihr durch die Gegend geworfen habt, ne? Das habt ihr irgendwie brennend geschossen und es genau zu mir geflogen und hat nicht getötet. Hahahaha. Hahahaha. Hatte das nicht Mucke geworfen? Auf jeden Fall stand da ein Kill von dir, Favi. Ja, ich hab das brennend geschossen, deswegen. Mucke hatte das in der Hand. Ja. Und wenn es einfach direkt zu mir geflogen hat. Ja. Warte halt. Hahahaha. Boah ey, ich hab auch schmerzten. Ey, Favi, du bist doch der Favi. Höh. 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 Hahaha, ist das ein Kevin? Hahahaha. Wassa einem in Zukunft gegen Berufs sechs. Hahaha. Hahaha. Entschuldigung. Das war ein Mucke. Höhöhö. Voll auf, richtig geschlossen. Höhöhö. Höhöön. Oh mein Gott! Wer ist denn hier runtergefallen? Ja. Haha. Ich behaupte immer... Ich bin richtig Premium, sagst du? Fabi hat schon Leben verloren. Fabi, 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 Fabi! Lolo, du hast das überlebt? Wo ist denn Fabi? Echt, ey, wo ist der? Draußen. Du Vollhörst, ey! Du musst mich halt ansehen, Idiot. Ah, ja, Fabi! Ah, ja, Fabi! Er macht jetzt mal die Tür zu! Hey, Perry, ist das dein Ernst? Gelogen! Oh! Wo sind die denn? Oh, oh, sie sind was gesichtet! Ich seh so genau wie die in so den Schatten von Perry gehen! Perry, waren das Mannhocks, die du platziert hast? Ja, ja! Waren das Mannhocks, die du platziert hast? Ja, ja! Das ist ein großes, rotes, rotes T-Germann, so! Ja, ich weiß, aber das war... Du musst durchwenden sie! Ich hab mich halt grad in die Richtung getreten, in dem Moment, Karl! Ich hab hier was gefunden! Ja, ich hab hier was gefunden! Wer war... Nein, ach so, wir... Wir bist noch gestorben, Fabi! Äh... Ich weiß nicht, Max Bar! Gut! Hey! Max Bar, wir müssen da schnell rein! Wie ich gestorben bin, hat wohl jeder gesehen, oder? Ich auf jeden Fall! Ich bin so direkt neben Deso einfach runtergefallen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich bin nicht falsch! Deso ist es! Ah, fuck! Och, Mann, ey! Deso, Mann! Och, Mann, ey! Ey! Was zum Teufel? Wir hätten nie geworfen! Ich war... Ja, die sind böse! Ich werde hier weg! Ah! 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 Rippenvieh! Perry, du bist safe! Was sind eigentlich alle? Meinst du das nicht auf deinem Tretor da sehen? Ja, tut mir leid, wenn du sowas verfügeltest! Ich sehe jetzt irgendwas explodieren! Perry, komm mal, ich zeig dir jetzt was! Ich wollte die ganze Zeit Detektiv werden! Nur wegen einer Sache! Ich hoffe, das funktioniert! Nein! 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 Okay, nochmal den Kerben! Und? Hat es funktioniert? Nee! Wieso? Hier sind Schildkröten! Ich glaube, es ist Barbie! Die sind von... Max Barr gelegt worden! Ja! Die Kröten des Todes! Hä? Wie komme ich denn da oben? Äh... Da schießt wer? Irgendwer schießt auf mich! Mit einer Shotgun! Irgendwo hier! Wie komme ich denn da oben? Ah, hier! Muka hat geschossen! Oh! Matze ist es! Fabi schießt auf mich! Matze ist es! Fabi schießt auf mich! Hey! Fabi! Fabi! Fabi ist doch tot! Fabi ist doch tot! Aber Fabi ist doch tot! Hä? Fabi lebt! Nein, ich lebe noch! Fabi lebt! Der wollte mich von hinten töten, aber hat es nicht geschafft! Weil ich mich im Moment bewegt habe! Einer von euch Beinen ist es! Nee, ich bin es nicht! Oh! Ich hätte auch Perry schon gerade eben oben auf den Ton drücken können! Oh! Aber der hat sich ja lieber selbst getötet, der Perry! Das ist doch sexy! Nein, 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 nein! Warum ist Matze jetzt wundet? Ja, weil Fabi auf mich immer noch geschossen hat! Achso! Du bist ja gerade runtergefallen! Ich war das! Aber ich lebe noch! Das ist Fabi! Nice! Aber das ist kein Alivee, dass du Perry hätte es töten können! Ich hätte Perry auch töten können! Dann trotzdem bin ich nicht richtig! Also, das ist kein Alivee! Das ist kein Alivee! Oh! Ich weiß, wie ich das einfach anscheinend mache! Konte Wege, getrennte Wege! Okay! Kein Problem! Und wegen Mucker! Fabi? Also, ich bin nicht zu weit, wenn ich gestebe! Es ist Fabi! Der No-Skiller lebt auch noch! Die hast du gerade Mucker getötet! Ich habe auf die Fester geschossen! Ich habe auf die Fester geschossen! Und die da rumräumen wollte! Ja, ich habe eh kein Leben mehr! Macht das mal unter euch aus! Aber ich habe jetzt eine coole Jump Gun! Ui! Oh, ich verstehe immer noch wie die... Wenn du es nicht bist, dann ist er weder Max Barr oder... ...der andere Typ! Lebt Perry noch? Ja, Perry hat sich selbst gekehlt! Ja! Ja, aber das ist für eine faule Ausrede hier! Perry hat sich... Wer hat auf mich geschossen? Fabi hat auf mich! Toll! Okay, also man zum Beispiel war es schon mal nicht! Dann ist es Luca! Ja! Wo ist der Sack hin? Du musst schon ab und zu mal ziehen! Bla bla bla! Ja! Wo ist er denn? Hallo? Anyone? Du? Hallo! Hörs Maul! Ich lach ihn aus! Oh! 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 Jetzt! Oh! Oh nein! Oh! Ah! Hab ich irgendwas verpasst? Bin ich dumm? Ich glaube ich ehrlich sein! Nee, darfst du nicht! Luca! Hui! Luca ist das jetzt dein Ernst? Hui! Hey nein! Kann ich dein Ernst machen? Nein! Boah Luca man! Ja! Und er gibt ihm einen Headshot! Sorry Matze! Durch die Situation hatte ich irgendwie nicht mehr vertraut so! Naja! Toll! Also getötet! Random Kill! Yo Leute! Ich hoffe das Video hat euch gefallen! Wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video! Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part! Haut raus!